Letzte Gründe! Weiter geht's hier! Hier irgendwo müssen die letzten Kackhaufen sein. Und wir werden sie finden! Wir werden sie finden! Äh, wenn man nicht immer so im Kreis rennen würde. Aha, okay. So. Wartet mal, diesmal hier oben auch. Na, komm her, so. Zwei noch. Ah! So, Moment, 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 da kann ich noch woanders lang. Ach, scheiße, scheiße, Mann. Wo sind die letzten Kackhaufen? Ich hab doch so Angst, mich zu verlaufen. Aua, nein, 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 ich will nicht abkratzen, ich will nicht sterben, nicht schon wieder, nicht schon... Ja! Sensoren werden die Bedrohung durch Kacke, da, Schlacke, habt ihr gesehen? Kacke, neutralisiert und Säuberungsbonus wird vergeben. Ah, geil, Mann. Äh, und wie, bitteschön, komm ich jetzt hier wieder raus? Ausgangsuchen ist angesagt. Scheiße. Ich seh doch nicht mal, wo ich hergekommen bin. Äh, ich glaube immer, ich kam von hier. Nee, von hier kam ich definitiv nicht. Ach, von wo kam ich denn? Na toll. Willkommen zum Part. Such dir einen Ausgang. Mann. Aua. Aua. Mann, blöde Unterlegscheibe. Ey, ich will ja bloß hier raus. Ich tue doch keinem mehr was. Aber wo bin ich... Bin gar komplett falsch. Was, ich mich einfach töten? Ich glaube, wenn ich mich einfach töten lasse, ist das viel schneller erledigt, die ganze Schose hier. Vor allem, der ganzen Gegner kommt immer wieder neu. Das ist doch spul. So, Moment mal. Hier sieht es doch wieder bekannter aus. Ähm. Ich treffe auch immer daneben. Mann. Jetzt von hier irgendwo muss ich doch... Äh. Von wo komme ich denn? Da. Da ist so ein... Also muss ich da. Okay. Okay, okay, okay. Äh. Moment. So. Jetzt hier hoch. Der müsste ich am Ausgang sein. Ja. Geil. Hehehe. 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 Ah, die Welt ist von Kacke befreit. Aber ich glaube, ähm... Wir stehen gerade in einem riesigen See aus Dünnpfiff. Voll eklig. Aber hey. Raus. Benches. Wieso schon ohnehin so dreckig und eklig? Er wischt sich anscheinend nicht. So. Welches dupt. So. Wartet jetzt hier oder was? In dem Part? In dem... In der Section? Ich glaube schon. Hui. So. Auf zum Fahrschulschacht. Dumm. 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 Was machen wir jetzt? Ähm. Ich glaube, ich gehe mal nach woanders gucken. Hui. Oh, alter. Hui. Nein. Oh. Alter, Mann. Ich versuche doch, mich aber festzuhalten. Benches ist echt ein komischer Bär. So, ich stecke jetzt mal wieder eine Batterie inside. So, und zwar will ich sie da rein stupen. Dann geht bestimmt das Ding da auf und wir können... Ja, was kann man denn? Egal. Wir werden sehen, was wir denn können. Hopp. So, und zwar ist die Batterie hier am Eingang irgendwo. Ich nehme die einfach, auch wenn es eventuell die falsche sein sollte. Ist mir das doch egal. Es ist doch egal. Ähm. Ich komme hier ganz so auf den Ruff. Äh. Naja, okay. Hopp. Swoopa. Schön rumgezwubelt. So. Komm, komm. Ich bin trotzdem reingefallen. Wie kann man nur so dumm sein? Okay. Na, na, kommst du her? Okay, Moment. Vergessen. Bats. Swoop. So, Banjo. Ich frage mich echt, wie lange ich noch in der Welt hier abhängen werde. Bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich müsste inzwischen schon die anderen letzten beiden Welten öffnen können. Locker eigentlich. Vielleicht mache ich das auch irgendwann denn bald. Aber hier wird es mir langsam echt zu eklig. Hier stinkt es und so was alles. Wir müssen hier eine komische Kacke von Ventilatoren wegmachen. Das ist alles nicht so... Ist mir nicht so geheuer. Hopp. So, okay. Okay, dann mal loslegen hier. Ist dumm. Oh mein. Waste disposed plant. Äh, Abfall, äh, Disposalplatz. Ne, Pflanze plant. So. Dumm. Hopp. So, okay, Kazooie. Du kommst mal wieder mit hier. Allein gehen wir da nicht rein. So, ich bin ja so gespannt. Dumm, 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 dumm. Ah, gleich mal ein neuer Move. Müllbeseitigungsanlage. Achso, okay. Oh, was wäre ich denn jetzt? Ne, ne, ne. Das bringe ich dir erst bei, wenn du diesen dummen Vogel los bist. Wie witzig. Wow. Achso. Oh, scheiße. Toxic. Toxic. Oh. Giftiger Abfall. Okay, dann gehen wir mal mit Banjo da doch alleine rein. Ich glaube, es lernt auch diesen geilen Move, der mich unverwundbar macht. Hey, was zum... Du musst jetzt gleich zwei Energie weniger auch gerade. Ja, aber so. Die Batterie flippt da total drin aus. Hilfe, ich sterbe. Es tut so weh. Tja, Pech gehabt. Oh, ich muss niesen. Oh, ich werde es wieder drücken. So, letzter Move in dieser Welt. Hopp. So, Schlummer Sack. Achso, fühlst du dich müde und nicht gut? Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen, wie man gut. Halte Zeit und drücke eine Tüte. Und schon bist du ein Modis-Tüte. Okay. Tschüss, Mann. Das kann ich nämlich so geil pennen hier. Oh, das heilt mich. Ah. Boah, voll cool, Alter, Banjo. Ey, der Rucksack ist aber auch übelst elastisch, oder? Ist voll so ein... Was zum Jolly Watchers Lagoon? Da stand gerade was von Jolly Watcher. Oh, ii, ey. Voll eklig. Na, ganz toll. Hm. Okay, wir sind schon mal in Schaltergedulginkt. Äh. Hier ist also dieser Jolly Watcher Pipeline. Ah, hier kann ich da bestimmt irgendwie... Und hier ist... Oh, warte, hier ist eine Ölpipeline? Alter, scheiße, Mann. Aua. Ist ja alles voll eklig. So, erstmal die letzten... Naja, fast die letzten Noten einsammeln. So, ich glaube, mit dem Wasser kann ich noch nichts machen. Da brauche ich sowas anderes, und zwar... Oder? Ne, wartet mal. Ne, Moment mal. Höpp. Ich probiere es einfach mal. Aua. Oh, na klar. Ist das dumm. Äh, verdammt. Irgendwie über... Ah, von oben vielleicht? Scheiße. Scheiße. Warte, kann ich ja nichts mehr machen? Aua, Mann. Bats. Kann ich nichts mehr machen. Ih, jetzt stinkt, ih. Ne, okay, dann muss ich hier später wieder herkommen. Wenn ich einen anderen Move habe, ich weiß auch schon welchen. Also, es ist so ein Move, da kann ich unbeschadet überall durchmarschieren, aber auch nur als Banjo. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ne, was soll ich jetzt noch machen? Ich weiß nicht, was ich tun kann. Was soll ich tun? Ich gebe mal diese olle, komische Schreddermaschine von eben rein, die ich gerade gesehen habe. Stoop. Ach, Jungs. Freunde. Mädels. Alle anderen. Ich glaube, im nächsten Mal verwandeln wir uns mal in Humba-Boombas Technik da. Und dann bis zum nächsten Mal sage ich nur, ciao. Hoho. 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 Hoho.